Wir sind Besitzer eines Einfamilienhauses mit einem Anbau. Das ist ungefähr, ich sag mal ganz grob an Wohnfläche sind wir bei 250 Quadratmeter circa und haben dadurch auch einen relativ großen Stromverbrauch. Jetzt ist es aber so, dass eben die Preissteigerung der Versorger entsprechend jedes Jahr neu angepasst werden und zwar nach oben. Das hat uns dann nochmal dazu bewogen tatsächlich über eine PV-Anlage nachzudenken. Dann haben wir uns auf der Suche gemacht nach einem Installateur und somit sind wir letztendlich zu der Entscheidung LG-Module zu installieren gekommen. In der Anlage wurde ein LG Neon 2 Full Black Modul verbaut. Das Produkt an sich hat zwei herausragende Merkmale. Zum einen eine sehr hohe Leistung verbunden mit einer sehr ansprechenden Ästhetik. Wir können hier einen deutlich höheren Ertrag erzielen als vergleichbare Produkte. Ich habe einen kleinen, eigentlich klassischen Elektrofachbetrieb mit drei Leuten, die für die Montage zuständig sind und wir machen hauptsächlich Photovoltaikanlagen. Das ist unser Schwerpunkt. Ich biete meinen Kunden das Modul LG Neon 2 Black zu 90% an. Einmal aus den optischen Gründen. Es ist tiefschwarz. Es lässt sich dezent und super an jedes Dach anpassen. Und zum anderen halt die Qualität von LG. Das ist eigentlich das Wesentliche, der hohe Anspruch. Es gibt eine Leistungsgarantie und eine Produktgarantie auf 25 Jahre. Nach 25 Jahren hat der Kunde noch garantiert 90% der Leistung und das ist für mich wichtig und stellvertretend für den Kunden, dass der eine gewisse Sicherheit hat. Wir sind sehr zufrieden mit diesem Produkt, weil es sich der Dachhaut auch entsprechend anpasst und optisch nicht auffällig ist. Das sieht sehr schön aus. Die LG-Lösung war für mich insofern interessant, weil ein unheimlich langer Zeitraum an Garantie, an Leistungsgarantie und auch an Haltergarantie gewährleistet wird. Und außerdem wird dabei auch noch CO2 eingespart. Und ich bin auch so ein bisschen traurig, dass wir das nicht schon länger gemacht haben, also schon vor einiger Zeit. LG Electronics als Firma bietet schon seit über zehn Jahren Solarmodule an, beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit dem Thema. Also wir wissen, was wir tun und können deshalb auch ein Produkt anbieten, wo Sie als Endkunde die Sicherheit haben, dass es auch noch in 25 Jahren arbeitet und Sie sich so lange an dem Produkt auch erfreuen können.